und da sind wir auch schon wieder bei Kirby wie heißt das? Nightmare irgendwas? Ja Nightmare irgendwas Irgendwie sowas und da machen wir jetzt, wir waren bei den Zuckerwotten stehen blieben die waren jetzt so rein du bist ja süß redend oh grüne Waddley's Waddley Waddley ein Digga huiuiui wir waren wieviel, das kann man wie Kinder, deswegen bin ich gestorben und ich fliebe auch schon wieder cool ja mit alle anderen Fahrten diesen Scheinny Scheinny Ufo, ne töten, ich wollte grad kill das kann doch noch Ufo zeigen hier kann ich auch mal kann ich auch mal kann ich auch mal spielen da ist das ist das Stimme hier ist super Ufo-Invasion da kann auch kleine Schüsse machen und so was hier halt aufgeladen Schüsse einfach mal zurück man kann ja permanent fliegen jetzt das ist richtig geil oh Ball hier gab's grad Ball und ich will ihn haben das ist schon wieder weg ja, das kommt noch Ball bestimmt Ball ist bei der Übersicht Ball ist bei der Übersicht das ist auch geil Balli 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 Bauf Oh geil. BAM! Habe ich jetzt Ufo verloren? Ja. Ich wurde verloren. Da anzukam welches jetzt wo? Wieder geile Musik hier am Start wie immer. Ich kann vielleicht schon fast am Anfang gab es schon ein Big Fail, aber ich habe es doch noch gelöst. Hey, ich zeig das nicht noch. Oh nein. Gib mal da unten. Oha! Ist nicht gut, oder ist das? Überall, oder? Okay. Gut. Ich mach dich jetzt irgendwie anziehen, oder? Das war kein Sieg. Ey, die sind rot. Ich hab jetzt Bombenkönner. Ich komm jetzt wieder noch rein. Um zu sterben hier. Wir sind wieder ab! Äh, wie geht's hier weiter? Boah, die blöder Fisch, du? Du, 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 du. Hä, was hattest du denn gerade? Nein, nein, das ist irgendwas. Im Mund. Äh, warte, da oben geht's auch irgendwie. Dann gucken wir erstmal noch da oben ein bisschen. Aha. Wollen wir oben oder unten? Geh du oben. Geht da nicht. Jetzt geht das. Okay, los geht's! Oben ist immer besser glücklich. Oh! Ich hab' mir durchgehackt. Oh! Ich hab' das perfekt hier getan. Das ist wie bei Mario Brothers, man sich verwendet, dann bleibt kurz ein Lag hier. Zwei Bombenbossen. Ich hab' ein leichtes Schutzschild von Fansachen. Oh, hab' ich die ohne hier! Und der fett sich jetzt ganz schon einfach hier. Und der fett sich jetzt ganz schon einfach hier. Oh, ich hab' das ausübergeilen! Boah! Jetzt kommt schon Leute jetzt! Ach! Die wollen wohl nicht, dass ich's schaffe. Die wollen auch nicht, dass ich auf drei oder zwei komme. Psch! Komm, hör mal! Okay. Das ist irgendwie was neu ist. Ja, da kann man wieder das Fechtduell machen. was du so entfällt. Wo ich das unbedingt... Da wo er sich erzählt ist. Aua! Aua! Kamera! Oh! 5 Sekunden! Der Dampf! Scheiße, Leute! Das war aber zeitlich. Was? Das ist alles? Ja, aber noch Entschuldigung! Ich hab' das gemacht! Ich hab' das was übernommen können. Ich hab' es nicht getan, dass es jetzt kommt. Da habe ich gesagt, dass es jetzt kommt, ne? x2! Verdammt! Ey, unentschieden. Oh Gott. OPCHIN! Wow! OPCHIN! Hier das ist ein epischer Fight hier. CHIDORI! Bonus! Ey das, diesmal waren wir ebenwürdig hier. Wie viele Punkte, wow! Das ist voll rein. Oh geil! Die Musik ist auch schon mal klar... Seit sie sich schon mal die Dings rein, in meinem Fall billig! Die Dings, die Schöpfung Soviel hier zu den Banks Oh! Innovativ Nein, nicht innovativ, kreativ. Ja, aber so geht das bei mir nicht weiter. Bei so einem Level kann man leicht was verpassen, finde ich. Ja, keine Ahnung. Aber ich kann hier fliegen. Hallo? Oh, geil, du bist sogar richtiger. Und das halte ich sogar. Und du kommst wieder. Ich dachte, da geht's weiter. Okay, dann geht's... aber hier geht's gar nicht weiter. Ich muss mal gucken, wo's weitergeht. Ah, ja. Ne, gar nicht, auch nicht. Hier geht's weiter. Komm. So, das war kein Liftschiff. Oh, Flug, das nimmt mich auch gerne. Das nennt mich auch gerne. Ich nenne mal Flug. Ich auch. Wow, das verbittert. Ha, 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 ha. Wow, das war schon drauf vorbei. Jetzt war schon drauf vorbei. Wopps muss schon ne ziemliche Kraft haben, ey, dass er auch so gehen kann. Wiesi wie das Dragon oder Dragon Hydra. Ich weiß, dass Dragon ausgesprochen wird. Dragon. Komm jetzt aber, Leute, sagst du mal verdient hier, ne? Okay. Mir ist das... Es ist over nine, Dragon! It's over nine thousand! Was ein Sprachfehler war. Bursache. Hey, 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 lass mal, sag mal, nee, wir machen. Ich will jetzt mal gucken, was das hier ist. Hier, welch Fähigkeit ist. Oh, all! asking, Lumia. Das ist auch nicht so. Natürlich. Ich finde, mann so geil. Weiß ich nicht, so gedrückt halt, das eine. Da ist viel mehr. Da ist sogar ein Sieg bei Aldermann, die die Rufthia. Okay, dann mach wir Arena. Gegen irgendeinen Sposten. um ich glaube das ging um aber was weißen wir haben ihn gekillt Komma raus aus deinem Ball Alter es ist einfach nur gedrückt so war es hier richtig ab ja ich bin ganz oben schon okay Leute wir wollen jetzt hier nicht zögern aber die Kraft ist geil er ist da reinkommen oder ein sieben sieben wo haben die Taten zu sehr das ist eine geile Kraft hey du hast meine Kraft zerstört ah hier mal ich das mal lieber nett das ist gerade geisteskrank ich muss trotzdem ich auch okay sonst geht es bei dir weiter da jetzt werden das Leben ist wichtiger wir wollen mal gegen übergehen das wäre es ist peinlich beim letzten Post der sich tat hier muss man sich beeilen nein nicht das war die Behinderung von ich bin ja verkackt ich glaube hier kommt man auch zum Schalter oder sowas es ist im kommen der Post ich habe so ich dachte es ist nicht aufgesaugt die Leute man das ist nur ich glaube es ist das ist auch nicht mehr eine Scheiß und Jörg Eilberg Gedeckte Uro Hoa Hoa das war Ex-Budie zu erhebten sie Prozent das ist es nicht so er ist nicht immer von Anfang an an er ist nicht so es ist in der S&P ich komme wer das ist wohl Prozent mit das ist wohl und es gibt auch noch das soll der Restlinger sein ja und das ist der Super auch eine geile Attacke. Okay, das ist, glaube ich, so echt besser. Das ist echt verschissen, gerade. Da schreit noch ein. Karabell. Die sind jetzt wie alle Guten. Geh mal ins Nächste. Oder noch mal Arena. Ja, müssen wir noch mal machen. Sagen wir das Geräusch, Leute. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich schlafe erst mal eine Runde. Und dann nimmst du dir mal, ne? Ja, genau. Aber jetzt verschlafen einfach als cooles. Bei einem Trinkerspiele... Was ist richtig, wenn du so kurz in die Kürze ein bisschen vermisst? Gibt es hier denn eigentlich? Hab das eher super. Hab den nicht gehabt? Ja, aber dann können wir mal wieder machen. Und das war auch schon mit mir. Danke fürs Zuschauen. Ich dachte, dass du... Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Bum, 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 bum! Ja, das hat sich richtig aus. Ja, gesagt, fick dich du scheiß aus. Du, was warst mir Karole. Also, was warst mir Karole. ja schon einmal gebraucht werden es sind jetzt machen wollten ich bin jetzt ist das fest das ist wichtig wenn er nicht haben wir heute auch und das Bett in der Nacht wenn wir schon da waren Mitternachtsmann ein Wörtern da hat sich geschützt hat bei der Euro zu essen wenn wir vor uns St. um nun können als er war Euro und das ist der Kostik Uhr er hat mich schon wieder mit der Wünsche die Berliner Scheiß vom Plan ich will auch noch Gautam also dass uns das noch machen das schneiden wir raus da bis gleich und das immer auch schon wieder wir haben eine noch werden soll jetzt geht es ja auch ins fünfte Läden ich wette dass das das ist das an die 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 zwei Kämpfer und durch die schafften brauchen wir Jump Junge Jump ich wollte das auch gerade sagen wir schlagen einfach alle zusammen wollen die uns angucken hey den wollte ich mal packen ja noch kurz schon mit Geile Fähigkeit du Hexe auf dir so den Boden zu wischen ey das ist eine große Tür was heißt das ich glaube dass ein Boss kommt aber die kann man doch packen gut was du auch sie und ich hätte die Städte und das Ding packen der Neuertal es ist kann ich jetzt auf den Arm kommen aber es gibt Dürken und das war der Ansicht ich habe ihn getötet so muss auch die Kette was auch in der Nähe der Klinik der Wicht das hat er angekortet die Kinder hat schwein hat mich angeguckt obwohl er dir den Rückenzug gezeigt hat noch schlimmer Mann, woher kommt immer noch solch nichts auswählen wie auswählen Aua ich geh mal hier oben ich glaub hier oben bin ich richtig es geht beide Wege so richtig da kommt aber anscheinend hinzu voran WAS?! ne du bist falsch warte ne ne ja da war ich auch gerade ne ne ich habe es gar nicht gedrückt zu spät und trotzdem perfekt das war das war das war das ist das dritte Partie von wir sind in der Welt 4 Euro kann da kann so so ich weiß gar nicht wie viele Kapitel das das oh yeah oh Froschlein oh Schi du 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 Fettsack du oh oh so wie eine Backmach das war wie ein Froschlebnis Froschlebnis aber Frosch Big Macs Ohne Maus zu spüren Warte kann man bleiben hier ne n 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 nur in der Welt heute das Leben schnitteln aber ich war ein bisschen tiefer als du wo es doch bald ich will man hier gab es und sie wird in dem level die tür ist noch aber ich würde sagen doch erst mal die Story durch und zeigen euch alles am Ende also wird es doch ein kleines 100 Prozent ich will gar nicht mehr alle warten auf den Ball hat sie nicht rein nein Krakow oder wie der hieß so ein Donner aber der ist ich kann voll hacken wie bitte wieso war ich tot was ja das ist mal auch passiert also das war peinlich Leute also grad nochmal neu zum ersten Mal die Mannschaft an die Anleitung ach so fliehen oder wie aber auch in der Fall das ist nicht so ein machen Stimm das war bei Ultraster oder Maus-Attack auch so dann kommt es um Donnerwetter schlechter Hintergrund wird gefeidet ich hab irgendwie wiederkommen mit Select oder so startlich ist nicht okay okay das ist ein Donnervieh das kommt fast bei jeden Köln an der Wolke Alter mit nur ein Auge vor allen Dingen Köln-Logic Raupenstiftung holen holen das war er die Kölner wie der Erste die Gäste und nicht ja j und diesen Tiefs Kaverde weitergeht dass sie natürlich im nächsten Teil also da haben wir wir sind mit dieser epischen Musik hört dann auf und dann hier noch am Ende der Tanz ich helfe dir okay das war's dann ne Like nur oder Abonnen und wenn ihr wollt natürlich nur und jo, ciao, ciao